so ihr leben willkommen zurück zu einer neuen folge vom simulator 19 jawohl auf allen grad und erst einmal vielen lieben dank auf die letzten klicks die letzten kommentare man weiß es halt nicht auf das letzte video und wenn du mich kostenlos unterstützen wollt und dass ich mir auf händel auf meinen nacken gießen kann 6 schnuppen und hast du nicht gesehen teilt das video kommentiert das video am besten noch gleich rausholen gut so und ja wir wollen noch ein bisschen stroh kommt dank ist wo ich gerade bisschen pause gemacht ab ist der kommentare auch voll von mehtrescher machen wir auch gleich wir holen bloß noch mal ein bisschen stroh in der letzten folge haben wir hundi gekauft und wir haben rinder gekauft in der letzten folge und zwar 28 braun weiß aber jetzt schwarz weiß haben 5 wie vorher aber wir müssen ja alles ein bisschen jetzt noch ein bisschen auffüllen und zwar würde ich sagen jetzt erstmal stroh dann füllen wir wasser auf nehmen wir danken erstmal dann wenn wir struktur holt haben danken wir erst einmal in unserem mädra schab genau 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 das machen wir ich meine leitung stroh dann tanken wir unserem mädra schab aber ich glaube unsere skalierung haut hier immer noch nicht alles hin muss man sehen wie ich das hinkriege ich glaube ja ich glaube ich Oh. Aber die Motorsounds bei Alice 19, die sind so, naja. Es werden einige Ventile kaputt. Warum bin ich eigentlich hier lang gefahren? Ich weiß es nicht. Äh, bin total verkehrt. Wieso bin ich denn hier lang gefahren? Äh, bin ja total verkehrt. Doch, ich bin total, total verkehrt. Wieso bin ich denn hier lang gefahren und bin an unserem Hof vorbeigefahren? Ach Gott. Naja. Bin ich jetzt überhaupt richtig? Ja, der ist, ich weiß nicht, warum ich an unserem Hof, ich sollte mich mal da dran trennen. Ach Gott. Voll an unserem Hof vorbeigefahren. Naja, alles gut. Okay. Aber wir holen noch einen vollen Hänger. Den holen wir noch. Ich glaube, das gehört uns auch noch, das Feld hier. Das werden wir abernten und da werden wir in den Hühnerstall und ja, das werden wir da hinbacken. Das werden wir da hinbacken. Ich glaube, das ist sicherlich. Untertitelung des ZDF, 2020 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 stimmt auf ls 19 kannst du alle gerätschaften zurücksetzen das ist gut immer noch nicht voll richtig bei einer ladung noch in ratung also nicht komplett aber ein bisschen hohen wirio was ganz schön wir wollen wir machen wollen wir machen auch voll und stellen den dann ab genau und 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 ich würde sagen den hänger verkauft nur also den inhalt jetzt drin und holen uns größeren hvh das ist hofer ist müsste hofer sein oder mal ich stecke ein ja das ist hoffe hier getreide mühler die ist ganz gut so müssen wir hin was war nicht so weit weg so 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 ja fahr ich hier lang oder fahr ich da lang ich fahre immer hier lang das ist da drüben noch so welche oben lang fahren können ja gut hätte man machen können so so ne da holen wir uns einen neuen hänger äh größeren ne da holen wir uns einen neuen hänger äh größeren weil hier passt nicht viel rein so weil doch sieht natürlich cool aus 12.007 so geräusch da haben wir den gleich weg warum unsere größeren hänger ich bin ich wollte muss noch durchgucken vielleicht ja dem verkauf anhänger es war ja wir könnten 27000 was hat der leader der frisst auch alles alles und das 21.000 14.000 ja die sind schon zu groß ja hier in 3000 er ist aber schon wieder zu groß wir probieren uns erstmal hier mit den 21.000 leder alles gut ja kann man eigentlich so lassen nur design weiß ob ich kauf noch brauche wie so und zwar haben wir jetzt ein bisschen mehr kohle ausgegeben was wir verdient haben aber wir verdienen immer noch ordentlich damit du bist jetzt abgegeben hier ist der oder man hier sind wir zurücksetzen ja konnte nicht zurück sei ja weil ich drin sitze ich sitze da drin und da kannst du nicht zurücksetzen so muss man treffen ja die zurücksetzen dann hier unten nein ach steck war schon mal hier rein so den tanken wir noch voll dann hast du mal geschafft der muss auch schon mal kohle bringen so wenn wir dem voll machen machen wir dann im nächsten fall also jetzt nicht in der folge dann der nächsten folge werden wir mit foto wiederholen machen wir mit foto film das auf so dass der mutige grüße mutige oder volle oder prozentvoll sind man Also, Wow. Hätten wir doch so ganz großen Anlenker holen sollen, ne? Ne, ist nicht ganz voll. Cool. So ihr Lieben, ja. Somit bedanke ich mich für euer Zusehen, für eure Kommentare, für eure Likes. Mega Daumen an euch. Viel Spaß bei LS19 und auf meinem Kanal. Tschüss. Tschüss.